Moin Freunde und herzlich willkommen mal wieder seit langer, langer Zeit zu einer schönen Runde 2 gegen 2 Arena. Ja, auch das kann man mir gerne zum Kommentieren einschicken, auch wenn sich da meine Erfahrung in Grenzen hält, kriegen wir sicherlich trotzdem das ein oder andere schöne Play hier kredenzen. Lilis hat sich nämlich gesagt, Mensch, das ist zwar schwierig, ja, denn es reicht ja dann nicht irgendwie in 30 Sekunden schönen Arena-Clip einzuschicken, soll ja auch ein bisschen mehr sein. Und da haben sich die beiden einfach hingesetzt und haben gesagt, komm, ich nehme das heute mal auf, wir machen das, wir reißen jetzt die Hütte ab, ja, hier lassen wir die Schließmuskel der Gegner knacken, wie die Hummer zuvor im Restaurant. Wisst ihr, wie ich meine, so diese Made-Vorbereitung, ja, bevor es richtig zur Sache geht, einwandfreie Sache. Mal sehen, wem sie heute den Anus vergolden, Freunde, Pally hier, Pally, die Idee gegen Diszi, Priest und Schorke. Wollen wir sehen, wie toll das wird, denn so ein Diszi, der kann auch drücken, der ist sowieso sehr, sehr ekelhaft, warum das so ist, kommen wir gleich noch zu. Wird auch direkt raufgegangen, Schorke bisher noch nicht gesehen, ist jetzt hinten drauf, er wolle Aschenwelle. Hier noch so ein bisschen versetzt, gesetzt, um den eventuell noch aufzudecken, hat er nicht gesehen, dass er schon draußen ist, egal, trotzdem getroffen, heilige Kraft generiert. Und jetzt versucht er hier zum Diszi zu kommen, aber frisst er auch immensen Schand und die Rauchwolke dahinter, da muss er dringend raus aus dem Rauch. Wir wollen sich so positionieren, dass er da auch ein bisschen mehr Chance hat, muss jetzt seine Burstphase unterbrechen, Bubble auch schon ziehen und auch schauen, wie es seinem Kollegen geht, um da jetzt nicht sofort Zerlöte zu werden, ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Aber, liebe Leute, das können die Pallys natürlich auch, ja, der Diszi jetzt hier auch schon Schmerzunterdrückung rauswechselt, da mit heiliger Pein. Mit Sühne, mit Schattenheilung, hoffelt er alles raus, was er hat, macht Wort Barriere jetzt auch mit drin, auch unsere Pallys haben nicht mit Death und auch Schadens CDs gegeizt. Der Schorke ist eigentlich nur am Hin- und Herspringen, Gifte und Schaden überall, Nächster 4, und wir sehen ja, Destinett ist ganz räudig, wenn du den unterbrichst, in einer Heilungsfähigkeit oder in einer Heiligfähigkeit, wenn man so sagen will, dann macht er mit Schattenfähigkeiten weiter, ja, so ganz unangenehmer Kollege. Aber, was sie hier nicht unterschätzen sollten, und da müssen jetzt unsere Pallys lang genug leben, jawohl, Hand des Schurzes, um den Schurken da mal völlig rauszunehmen, bis auf seine Magic Gift Ticks, ja, halbiert hier schon mal den Schaden, da kommt noch ein bisschen was von Sühne und Co. entsprechend noch mit rein. Die Hand des Schurzes negiert natürlich jeglichen körperlichen Schaden und entsprechende Aktionen, die eben durch dieses Schild einfach nicht durchkommen. Und wenn sie jetzt lang genug überleben, wir sehen, da ist noch ein bisschen 50 Sekunden rum, bis die zornige Vergeltung wieder ready ist, oder unser Kreuzzug ist es ja, der geskillterweise mitgenommen wurde. Und die dann es schaffen, einen von beiden rauszunehmen, und wir wissen, außer Legion wurde der Holy ja zwangsgebundenerweise, oder zwangsgebundenerweise, oder vielleicht doch gottgegeben, wer weiß, wie das bei den Paladin so ist, hatte der ja eine Zweihandwaffe. Und wenn der losgerömmelt ist, mit Kreuzfahrerstößen, zorniger Vergeltung und dem einen oder anderen Leggy, was dann eben noch den verursachten Schaden und auch die Heilung erhöht hat, dann ging es aber mit heiliger Schock und Kreuzfahrerstößen wirklich gut ab im Schaden. Nach wie vor, by the way, letztens erst über Timewalk und Co. gelevelt, das war in der Tat sehr, sehr böse. Aber sie versuchen jetzt eben, möglichst viel Tempo und möglichst viel Kontrolle aus dem Spiel unserer beiden Pallys hier rauszunehmen, schön out of sight gebracht, schön runter ticken lassen. Oben unseren anderen Pally-Kollegen, sehr schön da mit den Messern bedroht, im wahrsten Sinne. Der Schorker haben wir gesehen, jetzt hat er aber auch hier unten, auch out of sight, schön im Stun, gehen da jetzt einige wunderbare Schadensfähigkeiten mit rein. Befreit ist jetzt hier auch, zornige Vergeltung ist jetzt wieder ready. Und wenn sie es jetzt schaffen, den da oben zu halten, wir sehen, da war auch schon der Arz-Retrade, der jetzt mitgenommen wurde. Er hat auch zwei Stacks, wenn sie den gut reingeroffelt bekommen, können sie das hier eventuell ganz gut lösen. Dann müssen sie jetzt nur schnell sein, come on, von der Schippe gimpen, war der da auch schon am Start. Er hat ja wollen, da ist er down, der miese Huhn, sehr, sehr schön gemacht und da lief der andere natürlich auch sehr schöne erste Runde hier. Junge, ein Fähigkeitengewitter und wir haben gesehen, unser Pally geht eben auch auf den Burst. Das ist rein Burst, das muss funktionieren und ansonsten ist es Überleben. Zurweise vielleicht mal ein Lucky Crit, das kann natürlich immer sein, aber er hat hier auch in der ersten Reihe mitgenommen, dass aufeinander aufbauende Urteile des Templars, also unsere Fähigkeiten, die heilige Kraft verbraten, die wir im Vorfeld aufgebaut haben, dass die in einem gewissen Zeitraum hintereinander erhöhten Schaden verursachen. Das heißt, dieser Mann ist darauf aus, dass Aschenwelle, das Kreuzzug, das Klingen der Gerechtigkeit und Kreuz, das ist alles Sitz. Ja, völlig egal, denkt euch irgendeine Fähigkeit mit Kreuz und Heilig, es wird vom Vergelter was sein und das muss sitzen. Und wenn das richtig römmelt, dann ist Endstation. Hier ist ja auch ein CC-Gewitter, Junge, vom Meteor über den wunderbaren Tornado hier. Ja, schön Ursol's Vortex, Junge. Gucke, Hand der Freiheit wird trotzdem zurückgezogen, da Frechheit. Und sofort mit Drachenodem und allem, was es gibt, dahinter gehämmer. Ja, das war ja Wahnsinn, gerade wie die das kombinatorisch sehr schön umgesetzt haben. Wir sehen aber auch, der Pally-Burst ist auch Wahnsinn. Er wird jetzt hier komplett gestoppt durch den Eisblock und wir sehen, da kommt kein Schaden dran, der kann aber gegengeheilt werden. Den Dudu da jetzt mit Buße wieder rausgenommen, dem Hammer hinterher. Aber auch die Burstphase von unserem Pally ist schon wieder fast rumwunderbar mit der Blutelfe-Fähigkeit. Mit dem Arcanen-Strom unserer Erfolgsfähigkeit sehr, sehr schön. Hier kann man entsprechende positive Effekte vom Gegner nehmen. Ja, hier noch der Zyklon, Junge, der hat aber auch hier, oder? Taifun, Zyklon, Tornado, Wahnsinn, das eine hängt mit Ursol zusammen. Das nächste irgendwie mit Jörg Kachelmann, das ist auch überhaupt nicht mehr zu unterscheiden vorne. Der Druide, oder er ist Heiler und er wirbelt eigentlich nur. Und wir sehen schon, den Magier sehr, sehr ekelhaft, wenn die wirklich mit diesem Desorientieren arbeiten. Mit dem, was sie eben getan haben, nämlich eine Menge Kontrolle und Tempo auch wieder aus dem Spiel der Gegner nehmen. Mit ihren lustigen Bindungsfähigkeiten und Co. vom Tornado bis zum Taifun. Ja, dann gibt das dem Mage natürlich die Möglichkeit, so einen großen Pyro rauszurotzen. Und wenn der durchkommt, dann ist das wirklich Schaden. Vor allem, wenn du es gerade mal nicht siehst und das Ding hittet dich einfach nur, ohne dass du die Car-Sequenz mitbekommen hast. Dann ist das Schaden, der ist einfach nicht mit einzubrechnen. Dann kippst du früher oder später um. Entscheidet sich jetzt für die Bubble, jawohl. Einfach, um auch hinterherzukommen. Androiden bleiben, auch der weiß ziemlich genau, was er macht. Und die ganzen schönen Proxy er hat, kann er noch gar nicht so verwerten. Und er muss eben wirklich auch ein Auge haben auf den Mage. Wenn die großen Pyros auf seinen Heal-Made durchbekommen, dann fliegt schon wieder ein normaler. Da ist der große Junge zurück reingezogen hier mit dem Vortex. Es ist auch wirklich ganz, ganz toll. Nee, es ist Sess-Orientieren, das meine ich. Und das unterbricht ja auch. Das unterbricht wieder geroutet mit die Ohren mit drüber. Das sind Schadenszahlen, die muss man auch erstmal rausbekommen. Sein eigener hier Kollege. Jetzt wieder CEC-t, haben wir gesehen. Wunderbar mit dem Standard-Arzerit-Trade hier. Sehr, sehr schön genutzt, um nicht nur Schaden zu verursachen, sondern auch um Heilungen zu erzielen. Haben wir eben gesehen, natürlich auch für Heiler. Eine ganz interessante Sache. Replay allerdings auch noch vom Anfang dieser ganzen Arzerit-Maschinerie. Von daher hatten die vermutlich auch noch gar nichts anderes. Haben sich direkt ins Gefecht gestürzt. Aber auch das kann natürlich steckenderweise sehr hohe Schadenszahlen erzielen. Flügelchen sind wieder an vorne. Das heißt, das ist jetzt der Moment zum Scheinen. Da dürfte noch kein Eisblock ready sein. Da ist vielleicht jetzt wieder ein Vortex ready. Aber guckt euch an, was da reinkommt. Es ist dann ganze vier Sekunden jetzt hier aus dem Rennen genommen. Nichts, um da rauszukommen. Schieb hinterher. Ganz traurig. Worte jetzt zum Glück gediespelt. Versucht da hinterher zu kommen. Rettet sich aber auch hinter die Kisten. Richtig ekelhafter Kollege. Reisegestalt. Und guckt euch das an, Freunde. Diese Mutti. Und das sind dann die Leute, die wieder im Forum posten. Arena, ihr habt alle kein 2000er-Rating. Und dann rennen sie in Reisegestaltung Kisten rum, weißt du. Hast du schon mal was von Krieg gehört, du Mutti? Weißt du, das kriegen Schimpansen hin. Meine Güte. Gucke hier jetzt schön in die Fresse. Wenn man das gegen heilt, dann kann man sich auch gute Heiler nennen. Wenn man nur umkreiselt. Ja, guck, da hat er nämlich Angst. Und ruft hier die Umwelthilfe. Naja, zu Hilfe. Um so ein bisschen den Regenwald vor der Abholzung zu retten. Aber unser Pally sagt sich, Mensch, ich hab so Bock. Ich hab so Druck. Ich holze hier die Bäume mit nem Hammer ab. Ja, damit die auch leiden. Damit die bluten. Nichts mit Kettensäge. Und schnell vorbei. Nein. Es muss hier wirklich richtig schön auf Nacken geben, Freunde. Und wer schon mal nen Hammer auf Nacken bekommen hat. Ich weiß nicht, warum das so sein sollte. Aber der wird mir zustimmen und sagen, muss jetzt nicht sein. Ja, ist jetzt kein Wiederholungsbedarf. Ansonsten kennt man ja mal ein Teil so das Partybild von der Freundin. Und drunter so, Wiederholungsbedarf. Geiles Wochenende. Wer da nicht, Alter. Wer da nicht. Liebe Leute, es ist eine sehr ekelhafte Situation. Definitiv. Du, du Heiler, sowieso. Diese Mobility. Ja, Mobility, Alter. Nichts Mobility. Das war Pokémon, ne? Snobilikett, Alter. Sondern diese Mobilität. Ja, und gleichzeitig sind die unfassbar mobil. Und nehmen dir ne unfassbare Menge deiner eigenen Mobilität. Mit dem, was sie tun. Von Wucherwurzeln über irgendwelche lustigen Windböen auf dem Boden. Und so weiter und so fort. Also ganz eklige Kollegen. Jetzt steht er wieder da hinter seiner Kiste. Und macht ne Ein-Mann-Bukake-Party für sich selber. Wahnsinn, ja. Wieder hochgehalten mit Pflege. Berengestalt mit rein. Rechts sehen wir schon wieder der große Pyro. Wunderbar mit Busio unterbrochen worden. Arzrit-Gelöte hinterhergeschossen. Und er kommt hier einfach nicht so schön raus. Und auch die Explosion vom Bollwerk, ne? Wissen wir, dieser Dev-CD, der absorbiert ne Menge. Und wenn der dann abläuft, beziehungsweise Platz, macht er nochmal ein bisschen Splash-Damage. Ja, bisschen AOE rein. Und er kann hier vieles nicht optimal nutzen, weil die Gegner so schnell weg sind. Jetzt aber. Match aus dem Rennen genommen. Dodo in Katzengestalt. Heilung sicherlich auch langsam, aber sicher so ein bisschen reduzierterweise hier am Stizzle. Eisenburke ist drauf, er versucht sich da zu retten. Wieder der Stun, wieder dieser Stun, diesmal aber rausgeholt. Und wenn er das jetzt machen kann, wenn sie es desorientieren, meine Güte. Das ist wirklich hier perfektioniert, möchte ich was meinen. Wie die beiden aufeinander aufbauen. Aber auch unser Heiler hat jetzt Bock. Unser Heiler weiß, er kann da auch Schaden machen. Kreuzfahrerstöße auf Nacken und weg ist der Kollege. Sehr, sehr schön. Und das ist auch so ein Zusammenarbeiten, ja. Das Element der Überraschung, Freunde. Was in solchen Zeiten dann keiner hat. Jetzt hier auch wunderbar mit dem Einäschern und das Versengen hier direkt gekickt. Dass da keine spontanen Büros noch rausgerotzt werden können. Und der Kollege müsste jetzt auch langsam, aber sicher fallen. Der heißt auch Cancer Bero, Freunde. Und da müssen wir gar nichts weißer sein. Oder was stand da gerade? Carl meint und was war gerade mit Cancer? Das war das Bärchen. Also auch das Bärchen. Der Heiler in Bärenform. Das war Cancer Bero. Und genauso hat er auch gespielt, wie der heißt. Ja, der spielt der eine, wie der andere aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache, liebe Leute. Ganz, ganz gefährlich. Aber hier, wir haben es eben gesehen, was ich am Anfang sagte. Die warten auf die Börsphase. Und auch, wenn der Heiler damit raufzimmert, das ist genau wie so ein großer Pyro. Da rechnest du vielleicht auch beim dritten Mal dann nicht mehr mit. Oder gar nicht mit, weil es bisher noch überhaupt nicht der Fall war. Und dann gibt es so hart in die Fresse. Dann gibt es so hart in die Fresse. Weil der Pelli, der rotzt einfach raus. Da legt er seine Weihe mit hin. Und Richturteil, unheiliger Schock mal in die Fresse. Den Arzuri-Trade noch mit entfesseln auf den Gegner statt auf den Verbündeten. Also das ist Wahnsinn, was da eben wirklich erzielt werden kann. Wenn man da entsprechend zusammenarbeitet. Und gerade dieser Schaden aus dem Nichts. Das kennen wir auch als PvEler. Auf einmal hast du nicht geguckt, oh der Tank hat schon diesmal irgendwie ein Debuff-Stack vom Boss mehr. Zack, beim nächsten Auto-Heat fällt der auf einmal um. Das sind so die Sachen, die funktionieren in der Arena natürlich auch super. Sicherlich auch nur bis zu einem bestimmten Rating. Wo du dann so fast schon gegen koreanische Superbots spielst. Und sie sowieso genau wissen, was du als nächstes tust. Aber hier funktioniert das eben doch sehr, sehr schön. Und letztendlich, solange man gegen Menschen spielt, kann sowas auch immer super funktionieren. Und sie haben hier ja, wie gesagt, jetzt nicht ihr festes Programm. Aber immer wenn die Flügelchen angehen, dann wissen sie gegenseitig, okay, jetzt wird gefickt aller. Ja, und das ist auch sehr, sehr wichtig, gerade in solchen Matches. Wieder eine Katze, die hat allerdings einen Skin, heißt, ist ein Wildheits-Suide. Ja, ansonsten wäre das hier schon wieder mieses Hacking in der Arena. Vorne kriege ich so einen Hals und diesmal zwei DDS. Wunderbar, Aschenwelle, versucht ein bisschen Tempo mit rauszunehmen. Jawohl, gleich Flügelchen mit rein. Volksfähigkeit war auch da und gucke die beiden gesloten hier, ne. Die drei lustigen Fünf ja gerade schön am Duellieren. Na laun, da muss ich aber trotzdem aufpassen. Sie gehen jetzt nicht auf den Heal. Aber gerade Wildheits-Sudo, wenn da alle Blutungen laufen. Und auch der Schorki, die können natürlich reinrotzen. Die können börsen. Die haben so viel Dots, so viel Slow-Möglichkeiten. Und auch eine ganze, ganze Menge CC. Da ist wirklich Wahnsinn und wunderbar hier unser Pally auch mit seinen Arzuri-Trades. Wie er da sehr, sehr schön, der Schorki, extra nochmal gesandt, bevor er auf den Heiler geht, um seinen Kollegen da auch ein bisschen zu entlasten. Der sich natürlich super gegenheilen kann. Kann da jetzt auch nochmal ein Versturren, der alten Muster, die sich jetzt eigentlich gönnen. Jawohl, würde ich sagen. Sehr, sehr schön hier in solchen Momenten, bei solchen Close-Combats. Ja, bei solchen wirklich Nahkampf-Massakern, liebe Leute. Dass unser Pally hier die Arzuri-Trades hat, dass wenn seine Flügelchen laufen, dann machen die heilige Kraft verbratenen Angriffe AOE. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Es war immer so eine kleine Licht-Explosion. Das heißt, er hat jetzt den Dudu-Gefokus. Und wenn der Schorki in der Nähe mit rumgesprungen ist, ohne dauerhaften Mantel der Schatten, dann gab es einfach total über AOE-Splash in die Fresse. Ja, und damit meine ich nicht das Hip-Hop-Festival. Naja, wobei, wenn du da den ganzen Müll vom Wochenende nimmst und den dann auf den Gegner schmeißt, dann hast du auch eine Menge Splash-Damage. Aber das sollte der hier nicht sein. Arena, der haben wir. Ja, wir sind in Legion. Das war eben eine schöne Sache. Und das kann natürlich geil laufen. Ja, so eine doppelte Blutungs-Gift-Sonst-Was-Kombo. Ja, aber wir haben gesehen, wenn man den Heiler eben nicht schnell genug aus dem Rennen bekommt, sei es durch ein frühes Ableben oder durch schönes CC, dann kann das natürlich auch sehr schnell sehr doof aussehen, liebe Leute. Wieder, oder? Das ist die HDD und das ist unheilig Todesritter. Und das ist natürlich auch vorne. Ah, das wünscht man eigentlich keinem. Oder apropos Müll, habt ihr gesehen? Hier haben wir zwei Meeresstängel, dreimal irgendwelche Frostblüten und so weiter. Oder? Geil, läuft ihr bei dem Arena-Loot? Gut, da soll noch einer sagen, das lohnt sich nicht, oder? Das ist ja wunderbar. Auch schöner, wenn dann auf einmal, keine Ahnung, die sollen in der Arena wegfacen, wie Ankerkraut oder so. Und dann stehst du dahinter, heilt sich. Oh, blöd gelaufen, ja. Und muss auch mit der Veränderung im Leben wie in der Arena klarkommen, Freunde. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Mit unheilig Todesritter und die HDD. Also da schwitzt unser Heiler, glaube ich, jetzt schon. Was ganz cool ist, ist der Fakt, dass es Paladine sind. Heiß Hand des Schutzes und so weiter. Es sei natürlich super. Die Arbeiten stellenweise zwar auch mit Magic, mit den Seuchen, mit Eyebeam und so. Aber überwiegend dürfte da körperliches reinkommen. Insofern, jawohl, gleich mal hier den Kick noch rausgenommen. Ist natürlich eine tolle Sache. Wenn der auf unseren DD geht, dann kann unser Pally einmal mehr hinten durchheilen in seiner Heilerrolle. Und wir sehen schon hier, Alter, auch mit dem Trade Frost. Magus da beschwören. Zloat natürlich mit rein. Die fette Monstrosität, die verbreitet auch die Seuchen. Dann muss er wirklich ein bisschen auf Abstand gehen oder entsprechende Def-CDs ziehen. Guckt euch das an. Die interessieren sich auch gar nicht weiter für unseren DD. Der wird da von der Monster-Menagerie einfach in die Mangel genommen. Konnt ihr aber noch den DK mit rausnehmen. Wunderbar. Konzentriert sich aber auch ein bisschen selber auf sein. Wollte gerade sagen. Versucht jetzt da so ein bisschen den DH zu verfolgen. Aber setzt da ganz da drauf, dass sein Heal-Kollege das eben hinbekommt. Beide Bubbles jetzt hier gezogen. Aber auch die Gegner sind schon gut low gedroppt. Aber auch DH hat natürlich Lebensraub des Todes. Unheilig Todesritter. Amstissel natürlich auch mit dem Todesstoß und so weiter. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Wir sehen das schon. Jetzt wird hier auch noch mal ein bisschen Heilversuch gestartet. Jawohl. Wir sehen ein riesiges Schild noch mal auch erzeugt worden. Der DH mit der Meta rotzt da rein. Heilt sich gegen Sand ja auch noch mal mit ordentlichem Chaos. Schade. Und jetzt muss er schauen, dass er dem unheilig Todesritter da zu Leibe rücken kann. Hat auf Range noch mal Ersticken reingebüllert. Wird aber auch negiert. Hand des Schutzes jetzt drin. Ein wunderbar körperlicher Schaden. Jetzt komplett im Eimer, würde man auf gut Deutsch sagen. Sehr, sehr schön. Und hier jetzt auch unseren Ork-Kollegen weggezimmern. Aber so ein DH sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Wie gesagt, er hat Lebensraub für 10. Da muss man aufpassen. Wunderbar. 10 zählt. Und da lief der jetzt. Okay, wollte er sich nicht antun. Sehr, sehr schön auch. Ja, sehr kontrolliert. Wo ich Panik schieben würde. Hilfe. Ich habe einen Ork am Arsch. Und da sind auch noch 700.000 untote Soldaten, die mir nach dem Leben trachten. Wir haben dir gesagt, komm, wir ziehen jetzt gleichzeitig Bubble. Wir nehmen uns jetzt den Moment. Wir nehmen die Ruhe. Vielleicht wird sich nebenbei noch abgequatscht. Hochheilen und wir machen das einfach nochmal. So wie die manchmal den wunderbaren Schnellstart unserer Pallys hier verhindern. Indem sie sehen, oh, die haben Flügelchen an. Die zählen wir jetzt. Bis es kein Morgen mehr gibt, Alter. Boom, die Sonne geht erst wieder auf, wenn die Pallys tot sind. So nach dem Motto. Weil die nicht nur die Burst-Phase, sondern auch das ganze Zeitsystem denyen und verlangsamen wollen. Ja, crazy shit. Crazy shit. Und das können unsere Pallys auch. Ja, wenn die sehen, okay, hier sind jetzt 700.000 Ghule und 300.000 Skelett-Magier. Und der DH ist in der Meta und so weiter. Ja, dann Bubble. Bubble, Ruhe. Nicht Ruhestein, nur Ruhe. Ja, nicht gleich triggern, liebe Leute. Nicht gleich Makros hämmern. Wie letztens der gute Mr. Morgain bei uns im Bossfight. Außer den rausgetabt, andere Musik angemacht. Und dabei das Bubble-Ruhestein-Marco. Ja, gab es keinen Loot und wir hatten einen etwas unentspannteren Bosskampf. Aber da muss man eben aufpassen. Ja, das können die Paladiner auch. Letztendlich gewinnt eben auch in der Regel ein Team, was so ein bisschen Ruhe in ihr Spiel bringt. Ja, so ganz viel Chaos. Da profitieren dann natürlich die chaotischen DHs auch mit von. Ne, wunderbare Sache. So, Pferdchen wird gezogen. Jawohl, der Krieger rückt hier sofort vor auf unseren Heel. Römmelt da auch alles rein, was er hat. Das war ja sofort vom Wirbel bis zum Schmettern. Das ging ja überhaupt nicht klar in Sachen Damage. Aber in Sachen Damage geht der gefressene Schaden auf jeden Fall klar. Also das ist ja, jetzt kam die Entwaffnung, wollte ich sagen. Das ist ja super, was hier läuft. Wenn unser Heel-Pally jetzt den anderen Heel-Pally im Griff gehabt hätte. Lang genug, dann wäre das super gelaufen. Aber nein, auch der Krieger kann auf sich aufpassen. Stellt da noch so eine kleine Donnerfelsflage hin. Wenn das seine ist, ich sehe es gerade gar nicht. Bei den Buffs sehe ich Donnerfels auf jeden Fall nicht auftauchen. Dafür sehe ich eine Menge Bonus ausweichen und so weiter und so fort. Und da haben sie gerade schon sehr, sehr gut auch aufeinander aufgepasst. Das meine ich eben, ja. So ein bisschen Ruhe reinbringen. Nicht komplette Panik schieben. Heiler ist CC'd. Man kriegt komplett in die Fresse. Nein, man sieht das. Okay, Rückspiegel, ne, am Schulterpolster und dann eben Entwaffnen. Dann kommt eben weniger Schaden in so einen Moment rein. Jetzt hier mit Avatar. Und Einwasser hat Simata hier auch komplett in die Fresse. Ist das überhaupt Avatar? Hör mal, ich sehe das gerade gar nicht, ne. Die Buff-Anzeigen sind so vernichtend klein. Also völlig uninteressant. Wird einfach weggelötet, ne. Er war groß und so steinernd massiv. Das könnte ein Avatar sein. Und wir sehen, es sieht nicht gut aus für die Lebensanzeige unseres Pala-Kollegen. Ja, heilt sich auch immer wieder so ein bisschen gerne mitgegen. Nimmt da auch den Kick durchaus, ja. Mit offenen Augen entgegen. Und es sieht wirklich nicht ganz so geil aus momentan, möchte ich meinen. Er kriegt hier wirklich doll in die Fresse. Und auch unser eigener hier scheint gut genug beschäftigt zu sein. Jetzt hier auch mal ein kurzer Rückzug. Jawohl, das meinte ich, ne. Gerade beim Pally. Schön, Hand des Schurzes mit rein. Und einfach mal durchatmen. Gucken, wie sieht's aus. Wann ist der nächste CD ready? Wann können wir börsten? Wann nicht? Das funktioniert bei den Kollegen hier wunder, wunderbar. Zumindest meine ich das so beobachten zu können. Und auch mit dem lila Hammer gibt es natürlich weiterhin auf Nacken und auf die Schlammer. Jetzt hier sehr schön den Wirbel mit drin. Der Pally auch mit den Flügeln. Wir sehen ja eigentlich nur Flügel, ne. Wir haben jetzt drei Paladiner, einen Kriegerfreund. Hier ist eigentlich alles ständig nur am Leuchten. Und er hat auf jeden Fall einen sehr, sehr nervösen Finger am Entwaffnen. Aber das braucht er auch. Ja, das braucht er auch. Und er sollte sich jetzt auch wieder ganz gut aufheben. Für den Moment, in dem dann wieder die Flügelchen angehen. Weil da gibt's natürlich Dolle auf die Fresse. Und Waffenkrieger-Börse. Ich meine, ich will jetzt seinen Team-Mock nicht beurteilen. Aber mit dem Mock-Börse gegen den Pally mit Flügeln. Und der wird jetzt langsam entfesselt. Leider kann der Cast da hinten eben Free-Casten, überraschenderweise. Da reitet jetzt unser Heiler mit hin. Wenn ich's richtig beobachtet habe. Heißt, die liefern sich da jetzt auch einen kleinen Schlababtausch. Genau, einen Schlagabtausch. Die Arzendritrails fliegen wieder durch die Gegend. Es wird gewirbelt. Aber wir sehen, da zieht unser Pally leider echt einen Kürzeren. Natürlich auch, weil die Heiler bis eben ganz gut durchböllern konnten. Jetzt gegen Waffenkrieger, die Hand des Schutzes. Jawohl, Immunität gegen körperlichen Schaden. Und er wechselt da sofort das Ziel. Da lässt er sich nicht lumpen. Da wastet er auch gar nichts drauf. Da entfesselt er noch irgendwelche Laserbeams auf unseren Heiler. Und zack, jetzt sieht er, hier kann's weitergehen. Bis jetzt sieht es nicht wirklich gut aus. Ich möchte meinen, unsere beiden Pallys liegen wirklich hinten bei dem, was die gegnerischen Vernichtungsmaschinen hier wirklich gerade entfesseln. Und wie der Krieger eben auch switcht. Er sieht Immunität, da roffel ich nichts rein. Da waste ich gar nichts. Gehe ich auf den anderen in der Zeit. Und die versuchen jetzt hier diese Ruhephasen, die ich bis eben versucht habe, naja, darzustellen und zu erläutern. Die versuchen, die wirklich sehr gut rauszunehmen. Denn hier wird nicht einfach sinnlos irgendwo reingehämmert. Nein, wenn du versuchst, eine Ruhephase für einen von beiden rauszuholen, dann wird das sofort gesehen und entsprechend unterbrochen. Deswegen sind wir immer gefühlt fünf vor Panik. Es ist wirklich so, Frau. Eine Aschenwelle, jawohl. Slow kam auch mit rein. Jetzt mal hier, Wechsel auf den Heiler. Warum denn nicht? Sehr schön da jetzt reingezimmert. Und wenn es auf den Krieger nicht klappt, dann vielleicht auf den hier, wobei er da eben auch aufpassen muss. Wir sehen das auch. Der geht immer so ein Stück zurück. Nutzt dann eben auch die Charge-Range. Bisschen kleinen Snare mit rein. Und auch natürlich so ein kleines bisschen Wut mit dazu. Das nutzt so ein Krieger natürlich immer gerne aus. Jetzt hier das Battle auf den Heiler. Aber können Sie das machen? Noch über 20 Sekunden. Bis Kreuzzug wieder ready ist. Und unser Krieger natürlich mit Entwaffnen und Co. Auch wunderbar, wie er das hier immer gewechselt hat. Er ist auf jeden Fall wach. Und auch der gegnerische Heiler sehen wir wunderbar. Immer wieder mit Richturteilen und Co. Setzt er unserem Hielperli zu. Aber jetzt hier eine interessante Situation. Wenn die auch wieder zusammenstehen. Wenn er da gleich wieder diesen Azerit-Trade auch mitnutzen kann. Ja, wir sehen Kreuzzug war jetzt wieder so ein bisschen aktiv über einen entsprechenden Trade. Aber jetzt geht es erst gleich richtig los. Aschenwelle ist ready. Kommt auch sofort hinterher. Jawohl. Wunderbare Geschichte. Göttlicher Sturm auch noch geprockt. Jetzt kann er hier den AOE auch nutzen, um den Heiler, macht er auch. Um den Heiler jetzt hier natürlich zusätzlich zu belasten. Denn alles, was da natürlich im AOE-Schaden reinkommt, muss auch wieder weggeheilt werden. Überraschung. Ja, aber an sowas denkt man manchmal nicht. Das geht ihm natürlich auch auf den Sack. Und das ist auch in BG so. Das ist in der Arena so wunderbar jetzt hier weggezimmert. Keine Chance gehabt. Ja, und nebenbei den Ork auch noch ein bisschen zerlöte. Jetzt müssen sie trotzdem aufpassen. Das ist ja nicht gleich in der gut gelauerten Execute-Phase. Hier beide noch zersiebt. Und wir haben es wieder gesehen. Da wurde jetzt nicht panisch mit der restlichen zornigen Vergeltung auf den Ork eingedroschen. Nein, da wurde erst einmal das Zeitfenster des Hasses auf den eigenen Heiler genutzt, um den entsprechend mit gegenzuhalten. Ja, und da haben wir es wieder gesehen. Menge Ruhe, Menge entsprechende Überlegungen mit bei gewesen. Freunde, sehr, sehr schöne Runden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen und auch mal wieder Arena zu kommentieren. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ihr gerne was einschicken wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Vielen, vielen Dank an die beiden Pellys hier, die sie getraut haben, so ein bisschen was zu zeigen. Wir wissen, Arena ist immer schwierig. Ich sage mal ein bisschen schwieriger. Arena hat oft ein sehr, sehr, ich sage mal spezielles Publikum. Deswegen Props an jeden, der ja auch was zuschickt und im Vorfeld aufnimmt und so weiter und so fort. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch da mal wieder reinzuschauen. Ich fand, er war sehr, sehr schön gespielt. Und ich hoffe, ihr konntet mir in meinen Erklärungen überall hin folgen. Und wenn nicht, dann nicht. Sehr schön, Freiheit der Interpretation, Freiheit des Sehens, des Auges, ja. Das sind alles wunderbare Sachen. Freunde, ich bedanke mich, vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Haut rein, shows!